Am Ende kann ich nur das berichten, was ich sehe und natürlich ist es immer subjektiv gefärbt. Jeder Journalist hat seinen eigenen Background, hat seine eigene Ideen, für was er steht selber. Aber insofern wäre ich mit dem Begriff Objektivität, selbst wie auch bei der Fotografie, bei Filmen, bei allem sehr vorsichtig. Das ist halt dann auch ein ethisches Dilemma natürlich, dass man dann diese Klischees reproduziert aus dem Druck heraus. Ich versuche halt immer diese Klischeebilder eigentlich schon zu verhindern. Aber das Traurige ist, dass man es trotzdem automatisch einfach mit aufnimmt, weil man weiß, am Ende wird man das verkaufen, weil die Zeitung das will. Und ein bisschen zu mir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020